moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge super mario maker 2 und zwar die user level ich wurde gefragt warum ich nicht auch die schweiz und österreich mal mit reinnehmen kann deswegen machen wir heute eine schweiz österreicher österreichische folge weiß alle levels die aus den landen kommen die wenn wir mal versuchen zu suchen ich habe allerdings eine idee bekommen von stone sheep big soulcraft ich hoffe mal dass der herr irgendwie aus der schweiz kommt übergeben wir mal sein level ein und gucken mal was wir da so was uns das erwartet ich bin gespannt und dann brauchen wir noch die die l und mjf mjf so das soll es gewesen sein level meister wird gesucht da ist doch gut und direkt aus österreich und wir gucken wir auf und forget you can shoot fireball so bauer juniors coach was man auch die größe big brother okay so gespannt siege alle bau sein juniors unterreiche das ziel das war ja richtig bescheuert danke das war ja richtig bereits mal geschheiz ja 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 das ding auch los geht's alle bausatz fertig machen das reinkommen hier drüben schießen ok aber Einschüttel Ich brauche dich! Ich brauche dich! So, jetzt können wir mich auch mit dem großen Schuss ein bisschen die Steine wegballern. Okay. Komm schon. Na, lass ich noch einmal hier durchdrehen. Super. Zum Ziel fliegen. Ja. War gar nicht so schwierig. Ich muss mal wissen wie, ne? So dumm gehe ich, aber ich hasse Eis. Ich Eis, er kann nicht. Was sieht hier? Das ist wirklich so, also, ich kann ja mit dem Jagen mit dem Dingsleveln. Gut, Ben. Ja, vielen Dank dafür. Und wir gucken jetzt mal weiter, was wir noch so finden hier. Level so rum. Oh, jetzt habe ich es gar nicht bewertet. Ich habe es gut bewertet, aber jetzt nicht raus. Gucken wir mal nach, was wir hier finden sollen. Also, gehen wir auf neue Level? Ja, ne? Aber wir müssen ein bisschen einstellen hier die Suche. Erst nur in unsere Region, weil sonst sind wir ein bisschen geäureischt. So. Eigene Region. So. So. Und das war's. Ja. Und danach Beliebtheit, ne? So, gucken wir mal. Franzosen mal. Lange ich nicht. Mit Deutschen springen wir jetzt, ja? Weil wir ja natürlich nur Schweiz und Österreich haben wollen. Dänemark. Dänemark. Und Dänisch kann ich auch noch machen. Ah, da hier. Guck mal hier. Ein Schweizer. Ein Eis-Tempel. Ja, klar. War ja klar, dass es ein Eis-Tempel für mich gibt. Y. Und Jan, thanks for playing Part 2. Na gut. Schau mal. Eis-Level. Ich hasse Eis-Level. Danke, Rip. Ich hasse Eis-Level. Ich darf nicht springen. Ich soll nur laufen wahrscheinlich, ne? Versuchen wir mal. Toll! Aber cool gemacht, aber ich muss nicht viel machen gerne. Aber wirklich sehr viel Mühe gegeben, muss man sagen. Cool gemacht. Was? Was? Das muss aber auch echt. Ich muss doch Bock haben, weil er will es machen, also wirklich. Was? Oh. Du. 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 Ja. Ich muss mal abgefahren haben, aber ich finde das schon sehr, sehr abgespielt. Alles exakt geteilt, ja noch, ne? Was? oh das geht das zu machen was erscheint wirklich cool gemacht kann ich sagen aber es ist auch kein level in dem sinne natürlich einfach nur so ding was einer schneller gesetzlich aber lustig gut gucken wir noch was noch so gibt hier da ist ein aus der österreich chocolate mountain expedition let the gaudi von beginn jetzt der treasure level of mine was die österreicher zu bieten haben die man oh nein O. O. Adagern. Ups. an wo ich dann nicht hoch ich soll eben hier ist okay Hast du die Sonne? Das heißt, die Sonne hasse ich nicht, aber ich finde die Sonne schon so beschmerzig. Ah, ich wusste es. Okay, die ist. Oh, die will ich auch noch haben. Ich gehe jetzt darum, nur um die schnellste Zeit zu machen. Hat Spaß gemacht. Musik allein, da weiß man schon, was da ist, ne? Musik allein, da weiß ich nicht mehr. Musik allein, da weiß ich nicht mehr. Eieieiei. Ah, gut gemacht. Lustig gemacht zumindest. Musik So. ja wahnsinnig leute gibt euch echt mühe immer so muss man sagen die hoppa gehabt die musik die schickt einfach zurück in den 64 teiler das war so lustig damals hier juli street jump ruins street jump the floor schon welchen unterscheidet jetzt okay und sie tief 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 weiß nicht ist auch egal sonst wie immer ja gesagt okay war Ich werde dreimal springen und es geht unten kaputt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte. Ich habe nicht. Wir haben einen Schlauch. You only put three brick block lays on the other. You need the on off counter. Toll. Wie so schnell. Ach so. Warte. Wir müssen das Power Ding irgendwo hinschicken. Also pass auf. Wir schicken das mal. Das Power Ding schicken wir jetzt hier rüber. Und dann schicken wir das. Ach scheiße. Was war dann? Wir haben ein paar mal gesprungen. Und dann schicken wir das. Ich muss eigentlich nur hier hin und die kaputt machen. Ich darf noch dreimal springen. Also muss ich das anders machen. Warte mal. Das geht. geht. Wie also. Okay. Gut. Genau. Da stehen wir auch. So. Okay. 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 Gut belegen. Ich bin da oben. Okay. 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 Warte mal. Okay. Das ist gut gut. Ich habe mit der Knifeерcarge comunquearasst гän. ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert hier oder was okay also warum jetzt darunter sollen wird zu spät ja okay also es war zwar richtig aber falsch gedacht von mir jetzt können wir hier reingehen wir müssen den herunter bekommen wieder hoch dann fliegt er hier los nicht da irgendwie kill also irgendwie muss es ja möglich sein also noch mal jede durch genau müssen wir gucken also sind auf jeden fall einmal runter da stecken wir drauf aber warte mal jetzt müssen wir doch eigentlich ist irgendwie also gar nicht so schwer aber doch irgendwie doch schwer und nächste okay hier oben dann müssen wir dich da oben raufkriegen und klappt das guck mal das war jetzt nicht so schwer aber man kann ja nur diesen einen gegenspringen eigentlich ich dachte da baut sich immer es auftauchen und ich mich kommt man durch das blick ich nicht okay das war es dann das effekt allerdings kann man gar nichts machen sich nur gefreut ja super kann man sieht wie lange ich gebraucht habe dafür nicht schlecht nicht schlecht aber cooles level auf jeden fall aber gut gut so muss man es raus und ich kann es raus das wollte ich nicht noch ja hier gibt es noch 1 ralfos mario goes to the cinema automatisch nicht die zeit aus switch madness 20 seconds auto switch madness das probieren noch mal los geht's immer gespannt auto switch madness okay aber es ist machbar das machbar noch mal gut geht's okay nochmal wow wie dumm war das denn das war wirklich dumm naja geschafft sehr gut gemacht ja cool level beendet da kriegt auch ein toll von mir das muss gut hat Spaß gemacht so runter deutsch 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 deutsche gegen die zeit dungeon escape probieren wir mal dungeon escape try to escape from the collabing temple ok versuchen wir mal also wenn der temple einstürzt ist natürlich schlecht aber wir versuchen es mal zu nein 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 hätte ich reinrutschen können nein ah ich scheiße ei 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 hat noch geschafft das war dumm okay aber war ja schon gar nicht so schlecht für den ersten run oder bin mir ein bisschen gekommen oh nein achso ich kann drauf stehen jetzt muss ich gar nicht gesehen das war dumm eigentlich war es gar nicht schwer ich habe gerade eben gedacht ich kann darauf stehen dann schaffen wir das jetzt auch Moment ups, da rein oh nein warum schaffe ich es nicht hier oben drauf stehen zu bleiben auf diesem scheißteil wobei das ist auch nicht weg mal so so oh es gibt sogar nicht ich kann nicht rein das könnte rein oh oh nein nein ah guck mal oh Oh, ich habe da nur rüberhüpfen müssen. Nur das Teil rüberhüpfen. Ah, ehrlich. Mal. Oh, ich wusste es. Wump. Ja, nett, nett, nett. Auf jeden Fall. Also eigentlich fast nur österreichische Levels. War eigentlich gar kein so viel. Wie war da gar nicht bei von der Schweiz, oder? Gucken wir mal, ob wir ein Schweizer Level noch finden. Machen wir nochmal. Naja, sonst lassen wir es einfach mal für heute sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020